Sind manche Menschen anfälliger für ansteckendes Genen? Etwa 40 bis 60 Prozent aller Menschen sind anfällig für ansteckendes Genen. Menschen, die eher selbstbewusst sind und in der Lage sind, sich auf die Sichtweise anderer Menschen einzulassen, scheinen eher ansteckendes Genen zu erleben. Gleichzeitig erleiden Menschen mit emotionalen Störungen, die diese Fähigkeiten beeinträchtigen, weniger häufig eine ansteckende Gene. Zum Beispiel gähnen Personen, die an Schizophrenie leiden, weniger, nachdem sie gesehen haben, wie eine andere Person gähnt. Weitere Fakten zum ansteckenden Genen Ansteckendes Genen entwickelt sich normalerweise, wenn eine Person vier Jahre alt ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Kinder in diesem Alter anfangen, sich in andere hinein zu übersetzen und tiefliegende Wünsche zu wecken, sich mit anderen im sozialen Kreis zu verbinden. Je nach Entwicklungsstand kann ein Kind bereits im Alter von zwei Jahren ansteckendes Genen entwickeln. Alle Wirbeltiere gähnen, aber nur weniger erleben das Phänomen des ansteckenden Genens. Neben dem Menschen haben Schimpansen die Fähigkeit gezeigt zu gähnen, nachdem sie andere Schimpansen gesehen haben oder sogar Menschen gähnen. Es gibt auch einige Studien, die darauf hindeuten, dass Hunde auch für ansteckendes Genen anfällig sein könnten, das Lesen über das Genen oder sogar das Denken über das Genen im Allgemeinen könnte den Wunsch nach Genen auslösen.